Hallöchen! Heute bin ich mal mit dem Marcel und der ganze Mannschaft unterwegs nach Völle und da wollen wir mal lecker Fußball gucken. So sieht das hier in und im Bus aus. Hallöchen! Hallöchen! Das sind wir um den Weg. Hallöchen! Ich muss meine Beine noch offen haben hier. Süß!